Ich grüße euch Freunde, willkommen zurück bei Horizon und eine neue Reliktruine Insel der Türme. Sieht auch schon so aus. Da müssen wir erstmal hoch, denke ich mal. Ah ne, hopp. So. Mach mal oben. Hm, wissen wir noch nicht. Mal hier. Eine. Batterie, so, hopp. Mach mal gleich den Feuerklimmer auf. Guck mal hier haben wir eine. Die packen wir erstmal hier rein. Von hier aus kann ich es zum Aufzug schaffen. Okay. Haben wir auch schon mal die erste. Die müsste jetzt aufgeladen sein. Oder auch nicht. Oh oh, die Zelle scheint sich zu entladen. Ja, ich bin nur auf dem Weg. Alles klar. Der Aufzug sollte wieder Strom haben. Aufzug haben wir. Aufzug. 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 Also mal hier unten. Da hoch müssen wir. Wir machen erstmal Feuerklimmer kaputt. Aufzug. 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 So. Ich bin drin. Ich sollte mich mal umsehen. Ben drin. Ich sollte mich mal umsehen. Jetzt gehen wir mal zum Metallblumen hier rüber. Nächsten Feuerglimmer. Ah, da hinten brauchen wir jetzt noch nicht rein. Einmal rüber. So. So. So sollte es gehen. Okay, ich sollte den Sprung auf das andere Gebäude schaffen. Oh, jetzt sind wir hier. Hier haben wir, dann findet sich nur ein, mhm, mhm, mhm. 910, mal gucken, ob es funktioniert. Hier. So, jetzt sind wir hier. Da ist noch eine Kiste. Einmal rüber. Einmal hoch. Ähm. Okay. 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 Hier ist nichts. Auch gut. Na also. Noch ein Ornament. Ich muss da irgendwie hier rankommen. Hiernach braucht man ein Schlüsselmodul und einen zweiteiligen Code für die Tür. Klingt ganz lustig, diese Dinge weiter oben finden. Dieser Schacht könnte einen Stock nach oben führen. Ja, führt er auch. Ja, ne, hopp. Bis hin. So. Haben wir hier noch eine Date. Nämlich So, haben wir die schon mal. Das ist ein vierstelliger Code. Da müssen wir nochmal hier hin. Das sollten alle Teile des Codes für die Tür sein. Jetzt brauche ich nur noch ein Schlüsselmodul. Ne, gut. Von hier dann... So. So, Schlüsselmodul. Ein Schlüsselmodul. Gut. Jetzt habe ich wohl alles, um die Tür zum Relikt zu öffnen. Ja, haben wir. Dann, dann, dann. Einmal hoch. Schlüsselmodul. Okay, jetzt zum Code. Ähm... Und ein Ornament. Noch ein Ornament. Noch ein Ornament. Ich sollte das Demo geben, wenn ich ihn wieder sehe. Auf geschafft. Will sucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.